Hallo YouTube und heute wie man ACDC Pro 3 kostenlos bekommen. Als erstes geht ihr auf diesen Link und füllt alle Felder aus. Das ist nicht mein echter Name. Okay und dann klickt ihr auf Absenden, geht in euer E-Mail-Programm, dann müsstet ihr so eine E-Mail bekommen. Und diesen Link speichern, also das lasst ihr erstmal so, geht ihr auf ACDC Pro 3 Download. Ich weiß jetzt nicht, welche Version das ist. 5.2 Dann sucht ihr halt eures. Das downloadet ihr halt, dann kommt so ein Installierfenster, füllt ihr aus und dann bei Lizenz Vollversion, geht auf euer E-Mail-Ding und kopiert euch diesen Code in das Fenster und klickt auf Installieren. Und jetzt zu ACDC Pro ein paar Infos und wie man es benutzt. Also ihr habt jetzt ein Bild. Dann geht ihr auf Verarbeiten, oben rechts. Ähm, dann könnt ihr das hier verändern. Und ihr seht, das verändert sich dann da schon. Du müsst halt ein bisschen damit rumspielen, wie das am besten aussieht. Ja, und ähm, dann Effekte geht ihr auf Bearbeiten. Hier könnt ihr dann schon was auswählen. Text, Render, Wignette, keine Ahnung was das ist. So. Ja. Ja, das könnt ihr hier dann auch alles einstellen. Ähm, Spezialeffekt. Dann könnt ihr das hier einstellen. Wasser, Wassertropfen, Wehen, Bellen. Also ich find, negativ, wenn man, also das bei, ja hier. Ich find negativ sieht eigentlich ganz cool aus. Ja, okay, das war's und ciao YouTube.